So, also, ich bin auch da mit Poco. Von hinten gelb. Man glaubt es mir immer nicht. Kann man gucken, hier im Video. Von hinten ist es gelb. Nur mit Schutzhinde ist es schwarz. Eigentlich wollte ich heute kochen und essen und Fisch machen und irgendwie habe ich Lust auf Fisch. Aber irgendwie habe ich keine Lust auf Fisch. Also, ich habe hier noch so ein Hairwingsfilet hatten. Es war jetzt schon am 15. abgelaufen. Heute ist der 18. Aber das macht nichts. Ich kaufe mir heute erst mal ein paar Kartoffeln. Hier in meiner Küchenmaschine. Ich muss es einfach sagen. Ich habe es gerade in einem Video gesehen. Oder Story. Irgendwas mit Motto Woche Abitur und so. Verlinkt alle Nina Flash. Die soll auf jeden Fall als pinken Power Ranger gehen. Pinker Power Ranger. Von Power Rangers. Ich weiß nicht. Ich habe es eben nur in dem Video gesehen. Mit normalen Knurren. Aber deswegen muss ich mich jetzt in die Küche verziehen. Alte Nina Flash verlinken. Da. Pinker Power Ranger. Ich fange auch an zu battlen, wenn es sein muss. Ich würde sonst nie battlen. Aber das will ich gerne sehen. Ich mache dann auf Sordon. Dann setze ich mich in Bollerwein. Dann kannst du mich runterherschieben. Das ist total Spaß. Wie gesagt. Jetzt will ich gerne mit Pinker Power Ranger. Ich setze mich wirklich an Sordon in den Kinderanhänger. Ich koche mir jetzt einfach einen Sack Kartoffeln. Ich weiß gar nicht wie schon in der Woche oder was hier drin. Und ein bisschen Kartoffelschälen. Heringsfilet mache ich mir gleich in eine Schüssel. Dann schneide ich mir noch zwei Äpfel dazu. Und dann, äh, 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 oder so. Und, ähm, wie gesagt. Ich schäle jetzt hier auf den Kartoffeln. Ich mache das Ding hier voll. Die ganze Körbchen hier. Und dann esse ich heute ein bisschen Fisch. Morgen ein bisschen Fisch. Und dann verbranen Kartoffeln. Ja. An Sack Kartoffeln ist das 250 oder so. Ja. Handy ist immer noch von der anderen Seite gelb. Ich habe immer noch ein Bananentier gefunden. Aber, perfekt. Ist mit Handyhülle und alles schwarz. Kann ich draußen umlaufen. Sieht man das nicht. Äh, ja. So. Also ich schäle jetzt ein paar Kartoffeln hier. Ich will jetzt auch nicht zu lange das Video machen. Ich schneide das nachher noch zusammen mit Untertiteln und so weiter. Aber Nini Flash anrufen alle. Instagram, Facebook, TikTok. Als Ping-Po. Wenn dann bitte. Aber Abi fehlt. Ich weiß nicht. Ich habe es da irgendwie nicht richtig verstanden. Also ich habe es richtig verstanden. Aber alle Nachrichten schreiben. Der sieht. Ich habe keine so große Reichweite. Aber. Äh. Pick a Power Ranger. Ich biete mich auch an als Sordans. Die lässt sich mit den ganzen Abend in Kinderanhängern oder in Butterballen. Wirklich lustig. Das war richtig 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 lustig. So. Ich schäle jetzt ein paar Kartoffeln hier. Und äh. Ich weiß gar nicht was. Äh. 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 Von der Zeit irgendwie habe. Kann aber auch sein, dass ich, wenn ich Hunger habe, kriege ich mal Sprach-Aussetzer. Dann fällt mir mal rechts ein. Deswegen mal eine Kleinigkeit hier mit Essen. Toastbrot oder ein Brötchen oder sowas. Dann geht das gleich wieder. Das ist halt wie gesagt. Man muss halt was essen. Oha. Ein Herzkartoffel. Und wieder mal was Essen zu tun. Dann kaufst du eine Banane oder so. Banane ist immer gut. Und ich koche mir jetzt hier ein paar Schirren bei Kartoffeln. Heringsfilet schneide ich mir gleich in eine Schüssel. Ich schneide jetzt zwei Äpfel dazu. Hier haben wir noch zwei Äpfel. Das sind keine Orangen. Das sind zwei Äpfel. Die habe ich schon länger da liegen. Aber wegschmeiß tue ich die nicht. Ich schneide die Schäme gleich. Ich schneide die klein. Mach hier ein bisschen Heringsfilet hier mit rein. Das reicht nicht so was. Kleiner macht es da. Ich mache jetzt das Kreppchen hier nochmal voll. Und dann Sprachprobleme. Zwecks wegen Marek hat Hunger und Knutmagen und so. 19 Uhr. Und ich weiß nicht was.